Herzlich Willkommen zum Green Tech Talk und in dieser Ausgabe wollen wir uns heute einem sehr umfassenden Thema widmen, nämlich dem Thema Elektromobilität. Und da bin ich froh, dass ich heute mit zwei Experten darüber sprechen kann. Gerald Auerbach, er ist Trainer und Berater zu allen relevanten Themen rund um die Elektromobilität und eines der beiden Gesichter der Videoserie Elektromobilität am Punkt. Schön, dass du Zeit hast heute. Und Bernhard Strasser ist hier, er ist Leiter der Charge Infrastructure der Salzburg AG, also der Experte für alles, was mit Ladenetz und Ladelösungen zu tun hat. Danke fürs Kommen heute. Danke für die Einladung. Ja, bevor wir jetzt in die Materie eintauchen, mal kurz in die Runde gefragt, fahrt ihr beide elektrisch? Ja. Ja, du auch Bernhard. Ich bin seit 2011 elektrisch unterwegs. Was hat dich damals schon zum Umstieg bewogen? Ich bin von der Ausbildung ja Elektrotechniker und darum war das für mich spannend, einfach einen Elektromotor zu fahren und auch den Streammoment zu spüren. Also ein Technik-Fan der ersten Stunde sozusagen. Ja. Wie ist es bei dir? Mein Werdegang war ein bisschen anderer. Ich war eigentlich dieser berühmte oder berühmt-berüchtigte Patrol-Head. Also eigentlich in meinem Job immer ein Benzinbruder, weil ich immer für eine Automarkengearbeit habe, die so im Premium-Segment positioniert sind. Und da hat es natürlich auch da coole Dinge gegeben. Und wie dann eines dieser ersten, eh hat das rausgekommen, da habe ich mir gedacht, was ist das für Schrott? Das wird nie funktionieren. Ja, und dann war das Thema Drehmoment und Laufruhe. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal anschauen, wie das mit den restlichen Punkten ist, die so gegen E-Mobilität sprechen, wie draufgekommen. Eigentlich ist das alles gar nicht so. Und dann war ich auf einmal vom Saulus zum Paulus der Person. Viele Fragen beschäftigen uns eigentlich erst seit wenigen Jahren, muss man sagen. Die Technik dahinter ist aber eigentlich schon ziemlich alt. Die ersten elektrisch angetriebenen Autos sind vor fast 150 Jahren unterwegs. Anfang des 19. Jahrhunderts waren E-Mobile sogar öfter auf den Straßen zu sehen, als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Nach vielen Jahrzehnten Billigöl und deshalb einem Schatten-Dasein kämpfen sich Elektroautos mittlerweile ins Straßenbild zurück. Eine umweltfreundliche Alternative. Sauber, leise und mit einem Hauch von Zukunft. Dazu machen neue Akkutechnologien die elektrische Alternative auch beim Thema Reichweite immer attraktiver. Die Angebotspalette wird vielseitiger, das Ladenetz dichter. In den letzten Jahren legen die Elektrofahrzeuge auf den Straßen eine beeindruckende Kurve hin. Der Bestand hat sich seit 2020 alle zwei Jahre verdoppelt. Aber der Boom gerät etwas ins Stocken. Wer oder was bremst die E-Autos? Ja, wer oder was bremst die E-Autos? Fakt ist, in den ersten drei Monaten 2024 ist die Zahl der Neumeldungen bei Elektroautos um fast vier Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Benzin-Hybrid-Autos dagegen, da geht die Wachstumskurve munter voran, plus 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Natürlich muss man jetzt sagen, das Jahr ist noch ganz jung. Aber man sieht schon, es gibt noch Bedenken. Warum tut sich die E-Mobilität immer noch so schwer? Es ist doch eigentlich eine fantastische Technologie. Ja, aber wie bei jedem Technologiesprung in der Vergangenheit geht es am Anfang natürlich nicht gleich immer in die richtige Richtung los. Und das, was wir momentan haben, also der Übergang von Verbrenner auf Elektromobilität, ist ein Technologiesprung. Dann haben wir die letzten 150 Jahre des Öfteren gehabt. Das war vom Segelschiff aufs Dampfschiff, das war vom Pferd aufs Auto, das war von der Analogfotografie auf der Digitalfotografie, das war vom Handy auf das Smartphone. Und alle diese Übergänge haben die komplett gleichen Gesetzmäßigkeiten. Und das sind immer so, dass die neue Technologie in allen Aspekten am Anfang der alten Technologie eigentlich unterlegen ist. Also die ersten Autos waren der Pferdekutschen komplett unterlegen. Einfach aus dem Grund, weil es damals keine Tankstelle gegeben hat. Da war Sprit in der Apotheke zum Kragen. Wenn man sich überlegt, der Übergang von Analog auf Digitalfotografie. Also alle haben gelacht, aber haben gesagt, das kommt nie, die Auflösung, das kannst du vergessen, das kannst du nicht ausdrucken, das wird nicht funktionieren. Beim ersten iPhone hat jeder gesagt, ja, ist eine gute Idee, aber Nokia mit den Tasten, das wird de facto bleiben. Und was ist aber die Botschaft der ganzen Geschichte? Die neue Technologie setzt sich trotzdem durch. Und wann setzt sie sich durch? Wann sie signifikant effizienter ist wie die alte Technologie. Und das ist in der Elektromobilität. E-Auto braucht nur einen Bruchteil der Energie wie ein Verbrenner und darum wird sie sich durchsetzen. Und all die Dinge, die momentan vielleicht noch dagegen sprechen, die ja schon viel weniger geworden sind wie vor 10, 15 Jahren, die werden ausgewärzt, weil sich das Ding so schnell entwickelt. Und ich sage einmal, in drei, vier, fünf Jahren wird keiner mehr daran denken, seinen neuen Verbrenner zu kaufen, weil er sagt, das ist in allen Aspekten unterlegen. Und da auch im Preis, den wir jetzt haben. Auf die einzelnen Bedenken werden wir jetzt auch noch ein bisschen im Detail eingehen. Du als Elektromobilitätsfan der ersten Stunde, kannst du dir erklären, warum die Leidenschaft, für die du quasi brennst, andere noch nicht so angesteckt hat? Ich finde grundsätzlich, die Zahlen sind gar nicht so schlecht. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen jammern auf hohem Niveau. Also sie sind letztes Jahr massiv gestiegen und sind jetzt auf einem ähnlichen Niveau. Und man merkt auch, der ganze Automarkt schwächelt ein bisschen. Es geht nicht nur die Elektroautos, dass die Neuzulassungen zurückgehen, auch die anderen Autos werden weniger zugelassen. Ich glaube, das muss man immer in Relation sehen. Und ich glaube, jeder, der mal Elektroauto gefahren ist, Geri, du glaube ich auch, ich kenne keinen, der nochmal umsteigen würde. Also jeder, der mal ein E-Auto gefahren ist und dieser Tipp an alle, bitte einfach einmal ausprobieren. Jeder, der ein E-Auto mal getestet und gefahren ist, will eigentlich nicht mehr zurück in die alte Welt, so will ich es mal nennen. Ja, es gibt natürlich doch ein paar Bedenken, gerade bei denen, die bis jetzt mit Verbrennern unterwegs waren. Ein Bedenken ist natürlich vor allem die Reichweite. Das hört man immer wieder, aber man vergleicht sie auch mit den Verbrennern, die Reichweiten der Elektrofahrzeuge. Wie schaut denn das tatsächlich jetzt mittlerweile aus? Also vielleicht, um das nur einmal vorher zu sagen, das Jammern auf hohem Niveau und dass das ganz unterschiedlich ist zwischen E-Auto-Voran und Verbrenner-Voran. Es gibt da aktuelle zuerst eine Marktforschung, die heißt, dass über 90 Prozent von denen, die jetzt schon die letzten Jahre elektrisch gefahren sind, wieder elektrisch gefahren. Das heißt, eine unheimlich hohe Loyalität. Und die Bedenken hauptsächlich von denen kommen, die noch nie elektrisch gefahren sind. Und das so ein bisschen erklärt, warum das ziemlich stark divergiert. Und zu einer der Frage nach der Reichweite. Wo sind wir in der Reichweite? In der Reichweite stehen wir derzeit. Da gibt es auch aktuelle Untersuchungen vom ADAC bei über alle Modelle gerechnet 420 Kilometern. In Wirklichkeit vollkommen ausreichend. Man muss ja immer nur überlegen, dass der Durchschnittsfahrer am Tag so 30 bis 35 Kilometer fährt. Und dieses Streben nach Reichweite in Wirklichkeit bei den meisten ein bisschen kontroproduktiv ist. Weil sie haben immer Urlaubsfahrt von 1000 Kilometern im Sinn, die man dann meistens eh nicht macht. Aber theoretisch sollte man es können. Und darum ist die Reichweite so im Fokus. Und Wirklichkeit ist nicht die Reichweite des Themas, sondern die Ladezeiten und damit die Schnelle oder die Fähigkeit eigentlich der Dreh- und Angelbund der ganzen Nummer. Da sind wir eigentlich schon bei dem nächsten Thema, was ich gerne dich fragen würde, Bernhard. Das ist auch eine Art Skepsis, die man wieder mitbekommt, dass das Ladenetz einfach noch zu löchrig ist. Jetzt ist natürlich das genau dein Aufgabengebiet und dein Zuständigkeitsbereich. Wie schaut es da jetzt tatsächlich aus? Also ich glaube, dass da in den letzten Jahren sehr viel passiert ist. Also in den letzten drei, vier Jahren haben wir und auch unsere Mitbewerber sehr viel investiert. Man sieht auch im europäischen Vergleich, wenn man sich jetzt in Österreich anschaut, sind wir auf Platz vier, Platz fünf in der Möglichkeit der Ladestationen. Und es wird auch sehr viel gerade in Schnellladestationen investiert, sodass man eigentlich den Kunden die Sicherheit gibt, falls ich meine Reichweite wirklich nicht ausgehen würde, habe ich immer in der Nähe irgendwo eine Schnellladestation, wo ich nochmal vollladen kann oder aufladen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass 80 bis 90 Prozent, habe ich gelesen, die laden ihr Auto zu Hause oder am Arbeitsplatz auf. Ist natürlich naheliegend, weil das Auto steht ja auch die meiste Zeit des Tages. Wenn man jetzt aber keine eigene Garage hat, man ist zum Beispiel in einem Mehrparteienwohnhaus, manchmal vielleicht sogar, man ist in einer Mitwohnung mitten in der Stadt, hat eigentlich nur eine Abstellmöglichkeit auf der Straße. Wo haben die die Möglichkeit, sich irgendwie eine Ladestation hinzustellen und auch bei der Verkehrswende aktiv mitzumachen? Also ich glaube, im Neubau gibt es schon verschiedene Gesetze, die eben vorschreiben, dass man Lademöglichkeiten schaffen muss. Also im Neubau, glaube ich, ist das Thema relativ gut abgedeckt durch gesetzliche Regelungen. Im Altbau kann man natürlich ein Thema, es gibt wahrscheinlich einige Altbau-Wohnanlagen, die man nicht nachrüsten kann. Und hier können wir eben mit öffentlicher Ladeinfrastruktur das Angebot ergänzen. Also man braucht nicht dringend eine eigene Ladestation, sondern man kann auch eine öffentliche Ladestation nutzen. Ich vergleiche es so wie mit dem Verbrenner. Es hat auch nicht jeder daheim eine Diesel- oder Benzintankstelle stehen, sondern, also die wenigsten, glaube ich, haben zu Hause eine Benzin- und Diesel-Tankstelle und man kann sich trotzdem auftanken. Und so ähnlich wird es, glaube ich, in der Elektromobilität auch sein. Es wird manche geben, die haben keine eigene Wallbox und hierfür gibt es eben dann ein öffentliches Ladestationsangebot. Aber natürlich beim öffentlichen Ladestationsangebot ist man angewiesen drauf, ob jetzt tatsächlich eine Lademöglichkeit auch da ist, ob da vielleicht wer andere da schon steht. Es gibt einen Dschungel aus verschiedenen Anbietern, verschiedene Roaming-Partner und so weiter. Man blickt da fast gar nicht durch. Gerhard, wie kann man diese Skepsis nehmen? Ich würde einmal das erste Thema ansprechen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einer Ladestation warten muss, bis der Vordere fertig ist? Die ist natürlich gegeben, aber die ist relativ gering. Also wir sind derzeit bei einer Auslastung von etwa 15 Prozent des Tages, wo Ladestationen belegt sind. Das Ladenetz wächst schnell aus dem Bestand von E-Fahrzeugen. Und wir haben in etwa die 10- bis 12-fache Menge an Ladestationen als Tankstelle. Und wenn man da jetzt drüberlegt, das Thema Ladegeschwindigkeit, dann sieht man, dass das mehr wie ausreichend ist. Weil die schnellsten Fahrzeuge, die wir heute so haben, die laden 300 Kilometer Reichweite in 20 Minuten. Wenn man sich die Serienreife der Batterien anschaut, auf das Thema werden wir sicher noch kommen, dann sind wir da an einem Stand, wo wir von 10 auf 80 Prozent in 10 Minuten mittlerweile laden. Das heißt, das Vollladen einer Batterie ist in Wirklichkeit minimal, langsam möchte ich nicht einmal sagen, eigentlich schon in Wirklichkeit schneller, wenn man beim Dieseltanken das Zahlen auch noch mitnimmt und an der Kasse warten muss, ist man eigentlich mit dem Schnellladen schon schneller. Und damit sehe ich die Nummer einmal komplett entspannt. Also es ist nur einmal das Ding zu probieren und dann wird man sagen, das ist überhaupt kein Problem. Und es gibt ja auch viele Ansätze, wie das auch einfacher gemacht werden soll. Da kommen wir später noch dazu. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Lademöglichkeiten, die man hat. Gibt es im öffentlichen Ladesektor, gibt es da noch Baustellen, wo man sagt, da muss man besser werden, vielleicht auch Unterschied von Stadt zum Land, die Peripherie draußen so ein bisschen? Also wir haben sicher ein Thema noch draußen in der Peripherie. Da schauen wir zwar gerade, dass wir wirklich in jedem Tal was anbieten können. Hier gibt es eine gute Förderung mittlerweile vom Bundesumweltamt, wo man wirklich für strukturschwache Regionen eine Förderung bekommt, wenn man öffentliche Ladeinfrastruktur anbietet. Da wollen wir in den nächsten zwei, drei Jahren was machen. Und das Thema ist natürlich auch, den Parkplatz zu bekommen. Also wir haben oft öfters das Thema, wenn wir Ladeinfrastruktur errichten wollen, die wenigsten Grundstücke gehören uns, sondern wir sind immer auf Partner, vom Partner abhängig. Und hier ist es derzeit noch nicht so einfach, immer die richtigen Standards zu bekommen. Aber man sieht auch, dass da Umbedenken passiert und immer mehr Parkplatzbetreiber uns auch dann die Parkplätze aktiv anbieten, sodass wir eine Ladeinfrastruktur errichten können. Jetzt würde ich ganz gern noch zu einem Punkt kommen, den man natürlich jetzt auch sehr oft hört, wenn man sich umhört bei den Benzinbrüdern sozusagen. Und die sagen, der Preis. Du hast davor schon angesprochen, wenn man jetzt nur auf die Listenpreise schaut, da denkt man sich schon, da gibt es teilweise Preissprünge von zwei Drittel zum Verbrennermotor. Warum ist das so? Beziehungsweise kann sich das dann trotzdem noch rechnen? Da muss man sagen, warum war das so? Weil mittlerweile ist das Großteil nicht mehr so. Was da passiert, ist ein relativ einfaches Phänomen. Die Leute vergleichen die Listenpreise, die sie beim Verbrenner sehen und die sie beim E-Auto sehen. Und die divergieren natürlich. Und der Grund ist unter anderem der, dass E-Autos signifikant besser ausgestattet sind. Das heißt, die E-Auto hat zum Beispiel ein Navi drinnen, was auf dem Brenner nicht drinnen hat. Und wenn man so ein Auto jetzt ausstattungsbereinigt rechnet, dann kommt man darauf, dass in der Anschaffung die Differenz mittlerweile wirklich gering ist. Und durch den Preiskampf gibt es sogar einige Modelle, da muss man jetzt ein bisschen in die Marken reingehen, wo man schon sagen muss, das E-Auto ist in der Anschaffung gleich. Und wenn man es dann über den Lebensdauerzyklus rechnet, mit allem drum und dran, sind E-Auto eh schon lang günstiger wie Verbrenner. Weil man das ganze Thema Service und Ladekosten und Stromkosten versus Benzinpreis, das ganze Thema motorbezogene Versicherungssteuer, das sind alles Dinge, dass man unterm Strich sagen kann, das E-Auto ist jetzt schon günstiger, wenn man es über drei, vier, fünf Jahre rechnet. Also drei, vier, fünf Jahre, dann steigt man quasi wieder positiver aus. Und die Einstiegspreise sind jetzt durch diesen Wettbewerb, vor allem durch die chinesischen Marken ausgelöst. Bis jetzt war das Tesla, die den Wettbewerb befeuert haben. Jetzt kommen die chinesischen Marken dazu und wenn man sich Dinge anschaut, also Marken wie BVD, die kommunizieren ganz klar, Elektromobilität zum Preis vom Verbrenner. Und wenn man die Listpreise anschaut, dann sieht man, das ist so. Ja, Gott sei Dank tut sich da einiges momentan, weil die Ziele sind ja ambitioniert. Bis 2040 will Österreich klimaneutral sein. Wir wissen alle, ohne der Verkehrswende, ohne Abkehren vom Verbrenner hin zum Elektrofahrzeug wird es nicht gehen. Und zum Glück werden die ja immer effizienter, sie werden immer günstiger und eigentlich auch alltagstauglicher. Man muss vielleicht nur eins dazu sagen, bei der ganzen Geschichte, das ist das Thema Erwartungen. Also bei all den Dingen, die wir besprechen, ist immer das Thema, dass der Normalverbraucher davon ausgeht, dass morgen alle elektrisch fahren müssen. Und das ist natürlich unter verschiedensten Aspekten, geht das ganz einfach nicht. Und darum ist die Botschaft, dass das auch nicht das Ziel ist, sondern dass die für die elektrisch schon geht, ohne dass sie irgendwelche Abstriche in Kauf nehmen müssen. Die Anzahl derer ist riesengroß und auf die sollte man uns einmal fokussieren. Und dann entwickelt sich das ganze Thema natürlich immer weiter. Und bis dann alle irgendwann einmal elektrisch fahren, das wird noch lange dauern. Und das ist auch gut so und das ist normal so. Und darum ist die Diskussion so immer in Richtung morgen müssen alle elektrisch fahren, völlig aus der Luft griffen und hat ja keinen Sinn in der Wirklichkeit. Viele Jahre sind es natürlich auch nicht mehr, bis es soweit ist. Aber zum Glück spielt Forschung und Entwicklung spielen alle mit, dass da wirklich eine Verkehrswende möglich ist. Die Elektromobilität ist die Zukunft. So sieht es die Europäische Union. Im Vergleich zu heute sollen im Jahr 2030 fünfmal so viele E-Autos auf den Straßen unterwegs sein. Von acht Millionen auf vierzig Millionen. Ab 2035 möchte die EU nur noch emissionsfreie Neuwagen zulassen. Und die Wirtschaft zieht mit. Neue Anbieter strömen auf den Markt, auch aus China und sorgen für Preisdruck. Dazu rauchen in den Forschungseinrichtungen die Köpfe. Neue Akkus mit kurzen Ladezeiten, längerer Lebensdauer, mehr Leistung und geringerem ökologischen Fußabdruck sind in Arbeit. Das Ladenetz wird weiter ausgebaut. Der Ladevorgang selbst wird immer komfortabler. Eine Technologie entwickelt, um zu bleiben. Ja und wir fangen vielleicht mit einer Technologie an, die eigentlich schon in die Zielgerade einbiegt. Das ist das Thema Plug and Charge. Bernhard, was steckt da dahinter? Ja, Plug and Charge ist eines meiner Lieblingsthemen. Verfolge ich schon sehr lange. Was steckt dahinter? Hier steckt dahinter eigentlich, dass der Vertrag, also die Ladekarte im Auto gespeichert ist. Das heißt für den Kunden, für die Kundin, sie braucht keine App, keine Ladekarte nicht mehr, sondern sie braucht das Auto nur noch an der Station anstecken. Nur noch. Das Auto verbindet sich mit der Station, sagt Hallo, ich bin der Bernhard Strasser mit diesem Vertrag und die Station fängt an zu laden. Das heißt, das Auto und die Station kommunizieren miteinander? Genau. Und ich brauche nicht mehr eine Ladekarte, eine App oder eine Kreditkarte vorhalten, sondern das funktioniert alles schon direkt über das Auto. Die Tesla-Fahrer werden ein bisschen schmunzeln, weil das gibt's bei Tesla immer schon. Genau, bei Tesla gibt es schon sehr lange. Die kennen das schon, das ist eine ziemlich komfortable Sache. Ja, genau. Bei Tesla gibt es das schon jahrelang und mittlerweile... Seit Beginn in Wirklichkeit. Also Tesla und Supercharger, die Kombination war immer schon Plug and Charge. Das heißt, Vorgang an sich, der wird ein bisschen abgespeckt an Komplexität, aber trotzdem sparen wir uns nicht, dass wir quasi uns auseinandersetzen müssen mit dem Thema, wer bietet welchen Strom an, wie wird's abgerechnet. Gibt's da irgendwie sozusagen eine Idealvorstellung von dem, wie es sein könnte, oder...? Also ich glaube, dass sehr viel, und auch die EU hat jetzt eine Richtlinie herausgegeben, das ist die A4-Richtlinie, ein schwieriges Wort, aber die sagt eben, man muss mit Kreditkarte zahlen können. Das ist ja jetzt derzeit noch nicht so an öffentlichen Ladesäulen, dass es ein Muss für Kreditkarte gibt, aber in der A4 steht ganz klar drin, bis Ende 2027 muss man an öffentlichen Ladestationen mit Kreditkarte zahlen. Und das, glaube ich, lichtet diesen ganzen Preisdschungel, weil dann hat immer der Kunde die Möglichkeit, mit Kreditkarte zu zahlen. Also er kann mit seiner Ladekarte zahlen oder mit Kreditkarte und das lichtet den ganzen Preisdschungel. Was natürlich für den Kunden komfortabel ist, aber was er sehr schnell merken wird, dass er natürlich dann immer der Maximal-Tarif zahlt. Also mit Kreditkarten ist Rad-Hoc-Laden, Deirer kann man nicht laden. Das ist wie ein Tanken auf der Autobahntankstelle. Kann man machen, muss man aber nicht. Was ich dir ein bisschen berichtigen, Geri, in der A4 steht nämlich drin, dass das Kreditkartenladen der günstigste Ladetarif sein soll. Wie das dann genau umzusetzen ist, bin ich gespannt, aber es steht in der A4-Richtlinie eben drin, die Kreditkartenladung muss der günstigste anzubietende Ladetarif sein. Das ist ja immer spannend, was dann tatsächlich auch die Zukunft bringt. Das bringt uns auch schon zum nächsten Thema, das Thema Batterien. Da liest man ja so einiges. Eigentlich mittlerweile alle zwei Wochen liest man da einen Durchbruch, da einen Durchbruch. Diese Technologie ist spannend. Die einen laborieren an Festkörperbatterien. Welche dieser Technologien ist am vielversprechendsten? Was wird sie durchsetzen und bleiben? Ja, das ist eine gute Frage. Der Blick in die große Kristallkugel. So wie die Nummer derzeit aussieht, werden wir im Hochpreissegment, im Premiumsegment, noch einige Zeit bei NMC bleiben, also Nickel, Mangan und Kobalt in verschiedenen Variationen. Im Mittelklasse-Segment zeichnet sich jetzt bereits ab, dass man auf Lithium-Eisenphosphat umsteigt. Die haben so ein bisschen eine geringere Speicherkapazität, haben aber durch das Thema Packaging die Möglichkeit, das zu kompensieren. Haben eine höhere Zyklen, soll das sich halten lassen und können mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit nur brennen, also quasi faktisch unbrennbar. Und das, was sich im Horizont abzeichnet, leider Gottes wieder nicht in Europa, sondern kommt aus China, ist ein Natrium-Ionen-Batterien, wo quasi das Lithium durchs Natrium ersetzt wird. Das hätte den signifikanten Vorteil für die Europäer, dass wir Natrium als Rohstoff in Europa hätten und nicht auf Lieferketten angewiesen sind, von denen wir halt jetzt abhängig sind. Was sich dann durchsetzen wird, wird die Zeit sagen, es wird ein bisschen unterschiedlich sein nach Segment. Es suchen alle nach dem heiligen Gral, das ist die Festkörperbatterie. Das ist ein bisschen eine trickreiche Angelegenheit, darum sucht man auch sehr lange. Es wird sehr spannend, wer dann wirklich dieses Rennen gewinnen wird. Festkörperbatterien waren natürlich unter verschiedensten Aspekten super. Die Frage, ob bis dorthin aber nicht eine andere Technologie eigentlich denn den Vorteil legalisiert hat. Was man schon sieht in der Glaskugel ist, dass die Ladezeiten wahrscheinlich kürzer werden, dass die Reichweiten länger werden. Inwieweit betrifft es jetzt das Ladenetz und das öffentliche Ladenetz? Kommt man dann mit der Entwicklung weiter hinterher mit dem Ausbau, weil es wird mehr Schnellladepunkte brauchen und so weiter? Ja, natürlich schon eine große Herausforderung, aber darum planen wir auch schon in Zukunft. Was haben wir die nächsten fünf Jahre? Wir planen immer schon voraus und wir schauen schon, dass wir diese Entwicklung, schnellere Ladeleistungen, kürzere Ladeleistungen hinten nachkommen. Und wir haben ja jetzt schon die erste Ladestation mit 400 kW Ladeleistung eröffnet. Also man sieht, vor zwei, drei Jahren waren nur 200 kW, 150, 200 kW der Standard. Mittlerweile haben wir jetzt im April eine 400 kW Station mit einer 400 kW Ladeleistung eröffnet. Also da geht auch der Trend nach oben, ja. Die Fahrzeuge stehen derzeit so bei 270, 275 kW. Also da sieht man, wie schnell das eigentlich geht und dass das sehr gescheit ist, wenn man da schon auf Höhere geht, bis man dann das Limit irgendwann einmal erreicht hat. Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Laden gesprochen. In der Zukunft wird es vielleicht aber auch ein sehr interessantes Thema verstärkt geben, nämlich dass Elektroautos nicht nur laden können, sondern den Strom auch wieder hergeben. Das ist, glaube ich, vor allem in Zeiten der Energiewende auch ein ziemlicher Vorteil von Elektroautos, wenn ein paar Millionen Speicher, mobile Speicher unterwegs sind, wo man Sonnen- und PV-Energie und Windenergie speichern kann. Wie weit ist das Thema denn schon? Naja, das hängt davon ab, welchen Aspekt des bidirektionalen Ladens, das man anspricht. Und das, was am weitesten ist und was, denke ich, heuer wahrscheinlich oder hoffentlich dann auch in der ersten großen Staffel ausgerollt wird, ist das sogenannte Vehicle to Home. Das heißt, die nutzt das Fahrzeug als Speicher für eine PV-Anlage, so ähnlich wie man sich jetzt bei einer PV-Anlage quasi einen Speicher in den Keller stellt, nutzt sich dann das Auto mit dem Vorteil, dass ich das Auto schon habe, dass das Auto eine wesentlich größere Speicherkapazität hat und dass man damit diesen Überschuss, den man am Tag hineinlädt, in der Nacht nutzen kann. Das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, wenn dann irgendwann einmal zeitgesteuerte Tarife kommen, dass ich mein Auto dann vollladen kann, wenn der Strom günstig oder sehr oft ja gratis ist, weil irgendein Tag da ist und den dann nehmen kann, wenn er teurer ist. Und da ist das Auto einfach eine zentrale Schnittstelle, die in Wirklichkeit eigentlich da ist. Also die Autos können es oder könnten es, wenn es die Hersteller freischalten. Und da sind wir kurz vor dem Durchbruch. Da geht es jetzt nur mehr um das Thema, wie kommt es raus, wie schauen die Wallboxen aus, welche Optionen gibt es. Aber da bin ich sehr optimistisch, dass wir da heuer schon die ersten Serienangebote sehen würden. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich bin mir sicher, setzt euch da auch damit schon auseinander, weil es natürlich auch an das Ladenetz große Herausforderungen stellt. Genau. Also ich sehe es wie der Gerrit, das Vehicle-to-Home, glaube ich, ist sehr knapp an der Markteinführung oder sind wir schon sehr weit. Dann gibt es das Vehicle-to-Quit, also das Auto unterstützt das Stromnetz. Da sehe ich die Entwicklung noch. Also das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir da marktreif sind und in welchem Ausmaß. Bin ich auch gespannt, wie das wirklich kommen wird. Aber das Vehicle-to-Home-See ist schon relativ weit und auch hat einen großen Mehrwert, glaube ich, für viele Kundinnen, die eine PV-Anlage haben und den PV-Strom gut nutzen wollen. Es sind viele spannende Themen beim Thema Elektromobilität und es gibt viele Fragen, die ich noch gerne stellen würde, die sich aber heute jetzt leider nicht mehr ausgehen. Wenn Sie noch tiefer eintauchen wollen in das Thema, dann kann ich Ihnen ein Projekt von Gerold ans Herz legen, nämlich New Mobility Training www.nm-t.online. Was erfährt man da bei dir? In Wirklichkeit sind wir so ein bisschen Informationsgeber. Es gibt viele Leute, die so die Idee haben, ja, soll ich umsteigen auf Elektromobilität oder nicht? Und die sind sehr stark verunsichert. Man hört so vieles und meistens nicht gut. Und da ist das Thema einfach aufklären. Also jeder hat seinen Use Case und soll wissen, was geht und was geht nicht und soll eine Entscheidung treffen, die zu ihm passt. Und die zweite Zielgruppe, die wir haben, sind Kunden, die sich für E-Auto entschieden haben, die mehr oder weniger jetzt in eine komplett neue Welt eintauchen, die sich von ihrem Autohändler wahrscheinlich nicht erklärt kriegen, weil der erklärt das Auto aber nicht, wie man lädt und wie man so die Anfängerfehler in der Elektromobilität vermeidet, die alle in Wirklichkeit banal sind, wenn man es einmal gehört hat. Und das wollen wir so ein bisschen easy erklären und dem Kunden die Möglichkeit bieten, ab dem ersten Tag wirklich ohne Kopfweh fahren zu können. Quasi die Berührungsängste nehmen von einer Technologie, die eigentlich gekommen ist, um zu bleiben. Genau so ist es. Ja und auch auf salzburg-ag.at finden Sie unter der Rubrik E-Mobilität spannende Infos zum Ladenetz, zu Tarifen und auch die komplette Videoserie E-Mobilität am Punkt mit unserem Gerald mit vielen Tipps und viel Humor. Also danke euch beiden für das tolle Gespräch und Ihnen danke fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen.